Einen wunderschönen guten Tag, ich grüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge jzok.de und es gibt eine neue Neuigkeit, Assassin's Creed 3 für die Xbox 360 wird als nächstes ge-lets-played, ich freue mich drauf und ich werde jetzt mal schön das erste Let's Play aufnehmen und hoffentlich hält das Spiel, was es verspricht. Ja, seit Assassin's Creed 1 kann man sagen, hat sich Assassin's Creed stetig gesteigert, auch Revelations fand ich gut, fand ich sogar cool aus dem Grund, weil es ein bisschen abgespeckt und straighter war, bei Brotherhood klar konnte man viel machen und so und Assassin's Creed 2 auch und jetzt bin ich mal gespannt, was Assassin's Creed 3 bietet, ich hoffe die haben auch die Engine ein bisschen modifiziert, da die an sich gute, stimmige Atmosphäre noch stimmiger rüber kommt, auf jeden Fall jetzt. Es ist Assassin's Creed 3 bei jzok.de, ciao, ciao!